Hallo zusammen, mein Name ist Bong. Ich arbeite seit vier Jahren bei der Firma Linpop up. Und jetzt möchte ich euch den Prozess der Herstellung von 3D-Einladungskarten vorstellen. Schaut euch das bitte an. Jetzt werden wir Schritt für Schritt eine 3D-Einladungskarte von Linpop up herstellen. Hier sind die einzelnen Schritte. Kleben, Detailarbeit, kleben, nähen und schließlich verpacken. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020